Heute möchte ich mich noch einmal an Hans-Polk-Kindl als Psychiater, also an ihn binden, und zwar um noch einmal aufzunehmen die Kunst und die Missgunst in unserem gegenwärtigen Geschehen und vor allem bei uns im Eichfeld. Also im Konkreten, im Speziellen sozusagen. Aber du kannst es natürlich auch allgemein auffassen oder globaler. Aber es ist ja wurscht, ich berufe mich jetzt nur auf mich, auf meine Individualität und sage, weil ich gerade so ein schönes Mädchen mit schönem Körperbau noch gesehen habe, das auch geschmeidig laufen kann, also wo die Koordination noch recht gut ausgebildet ist. Wo alles passt, also wo die Proportionen gestimmt haben. Und sie hatte da, es leuchtete so wie die gelbe Blume, so eine Haarspange oder so wie eine Krone hat es ausgeschaut von beiden. Und da habe ich mir gedacht, dass sich vorstellen können, einträgen, auch wenn dieses Mädchen schon vergeben ist, kann ja nur vorteilhaft sein, wenn man irgendwo noch Appetit im Erkenntnisapparat hat, verstehst du? Auf schöne. Zum Beispiel, denk an David, an diese schöne Statue. Obwohl es ein Mann ist, ist er auch wunderschön irgendwo. Und es gibt noch schönere Skulpturen, wo man sich wirklich am Herz freuen kann. Und so hätte ich auch die Möglichkeit, nachdem ich noch nie seit ich mit 14 Jahren aus Älterhaus mit meiner Mama nicht mehr verpflegt wurde und selbstständig immer gelebt habe, oder unter Monasterienhaushalten, selbst verpflegt worden, könnte ich sagen, ja es muss doch gestattet sein, dass man den eigenen Erkenntnisapparat frei hält. So dass ich jetzt sagen könnte, normalerweise dürfte mir keine richterliche Hoheit oder nicht viele Amtsmädchen aus ihren Kammern blaue Briefe immer zusenden, wenn ich sage, ich stelle mir jetzt vor, wie ein Kartoffelpüree schmecken könnte, das richtig im Brei nicht zu weich und nicht zu hart ist und wenn man so geröstete Zwiebelscheiben drüber legt und dann mit einem Spiegel Ei oder zwei Stück mit Salz bestreut und dann, wenn man ein bisschen Pfeffer, so ihren Geschmack von einem Spinat und das alles gekornt auf verschiedenen Tellern legt. Verstehst du also die Gunst, dass man da nicht dann wieder tausende blaue Briefe eingeschriebenen hält? Verstehst du, wenn man sich vorstellt, die Kurven eines schönen Menschen, zum Beispiel, sei es ein Jüngling, David oder Daniel, Löngrube oder ein schönes vorbeilaufendes Mädchen oder ein gutes Mittagessen, dass man zwar 30 Jahre entbehren musste, aber wenigstens noch vorstellen kann, wenn man sich zurückdenkt an das 12. Lebensjahr als Knabe, wie war es, als ich einmal zum Beispiel erhalten habe, eine gefüllte, mit Reis und Fischierten gefüllte Paprika aus dem Kratofen. Verstehst du? Und das, da dürfte man nicht so schwer angeschwängert werden von allen Behörden, weil sonst ist das System einmal überstrapaziert von lauter Missgunst. Verstehst?